So, es ist Donnerstagabend, 20.30 Uhr. Ich bin auf dem Weg zu CapTrader nach Düsseldorf. Ich darf da morgen einen Vortrag über das Thema Optionen, genauer kurzlaufende Optionen, mit dem maximalen Zeitwertverfall halten. Ich freue mich da schon drauf. So wie ich informiert bin, wird es eine tolle Veranstaltung. Ich glaube, es kommen 200 CapTrader-Kunden und eine ganze Menge weiterer spannender Vorträge. Abgerundet wird das Ganze mit einem Brokkerturnier am Abend. Also das wird sicherlich ein schönes Event. So, wir können die Autofahrtzeit ja auch ein wenig sinnvoll nutzen. Und der Vortrag, wie ich es ja schon erwähnt habe, geht über das Thema kurzlaufende Optionen. Und das ist eben ein Großteil unseres Handels, machen wir eben sehr gerne mit diesen kurzlaufenden Optionen. Das heißt, wir sind wirklich nur ein paar Stunden am Tag wirklich im Markt engagiert. Und das hat natürlich den Riesenvorteil, dass ich in dieser Zeit einfach den maximalen Zeitwertverfall habe. Weil wenn ich am Ende des Tages eine Option wertlos verfällt, also einen Verfallstag hat, dann geht eben nicht mehr Zeitwertverfall. Weil entweder ist die Option am Ende eben Geld oder sie ist eben wertlos verfallen. Es ist von der Umsetzung ehrlicherweise dann schon ein bisschen anspruchsvoller, also wie man den Tradern aufsetzt, wie man ihn auch managt, dass man ihm auch die Verluste begrenzt. Weil wir wollen ja auch nicht den ganzen Tag vorm PC sitzen, sondern wir wollen den Trader quasi nach so einer Set-and-forget-Methode aufsetzen. Das heißt, wir buchen ihn einmal ins Depot ein und überlassen ihn danach sich selbst. Idealerweise verfällt er dann eben wertlos oder nahezu wertlos. Und deswegen gab es ja auch diese gemeinschaftliche Idee mit CapTrader, weil eben dann viele Kunden auch gesagt haben, okay, das ist zwar eigentlich ein schöner Ansatz, aber ich kriege es einfach zeitlich nicht hin, bin viel unterwegs oder bin eben wieder viel unterwegs, weil ich vielleicht noch mit dem Unternehmen viel zu tun habe oder weil ich zwischen Surfen und der Cocktailbar das nicht zeitlich unterbringen kann. Da gibt es ja immer die unterschiedlichsten Storys. Und da kam dann eben auch der Bedarf eben immer stärker auf nach einer quasi fremdgemanagten Lösung. Das heißt, dass jemand anders, in dem Fall hier, uns dann quasi um die Orders kümmern. Und das ist eben auch Teil dieses Managed Accounts mit CapTrader zusammen, über den wir da eben auch ein bisschen was erzählen dürfen. Wir haben zu so einem Thema jetzt auch mit CapTrader eine Managed Account eröffnet. Dazu werde ich auch ein bisschen was erzählen. Mir geht es aber jetzt vor allem auch erst noch darum, ein kleines Stimmungsbild einzufangen. Wer denn mit dem Thema Option schon mal beruhigen kann und wer für wen es ein völlig strenges Thema ist. Darf ich mal fragen, wer kennt denn Optionen? Ich meine jetzt nicht Optionen, das überrascht mich positiv. Wer hat Optionen schon mal gehandelt? Okay, auch einige. Und wer hat noch nie mit Optionen was zu tun gehabt? Okay, auch ein paar. Wenn man ein Deal zustande kommt, damit überhaupt ein Optionsgeschäft zustande kommt, wie immer an der Börse, egal ob es eine Aktie ist, ob es ein Futures, ich brauche einen Käufer und ich brauche einen Verkäufer. Und die beiden haben eine ganz unterschiedliche Rolle. Der Käufer einer Option, um mal eine Basisstrategie zu sagen, der handelt zum Beispiel einen Long Put. Und er kauft eine Verkaufsoption. Ich hoffe, der Spagat ist einigermaßen genug zwischen Optionsbasics, aber dass auch die Fortgeschrittenen überhaupt nicht etwas davon haben. Und ich freue mich, wenn es noch Fragen gibt. Dankeschön. So, ein kurzes Zwischenupdate zum heutigen Tag. Vortrag ist vorbei. Ist immer ganz spannend, weil bei so einem großen Publikum ist natürlich der ein oder andere dabei, der noch nie mit Optionen zu tun hatte und natürlich auch der ein oder andere Profi. Das merkt man dann schon an den Fragen. Muss man immer versuchen, ein bisschen den Spagat zu finden, dass die einen nicht abgehängt werden und eine Dreiviertelstunde nur die Augen zumachen können. Und da war auch diejenigen, die schon Erfahrung haben, ja, was Neues dabei erfahren. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Haben auch schönes Feedback dafür bekommen. Haben auch mit ein paar spannenden Kollegen diskutieren dürfen. Christian W. Röhl hat einen sehr schönen Vortrag gehalten über das langfristige Investieren, gerade in Inflationszeiten. Auch ein paar schöne Impulse gegeben, aber ja, vielleicht gerade für Inside Markets, weil das ein oder andere machen dürfen. Jetzt ist noch eine Kaffeepause. Danach ist dann der Vortrag mit dem Kolja Barkon von Aktien mit Kopf. Freue ich mich auch schon darauf. Und dann findet noch eine Podiumsdisco statt. Ich habe, mir wurden noch keine Fragen verraten, aber es wurde mir gesagt, ist eher wie eine Talkshow, auf die man sich nicht vorbereiten muss. Schauen wir mal, wie das wird. Und dann ist auch schon das Abend-Event mit einem Pokerturnier. Passt der eigentlich für uns Optionsspieler? Aber ich muss gestehen, ich kann überhaupt nicht pokern. Aber wir haben hier einen guten Kunden. Der kann das und der wird das Turnier hoffentlich auch gewinnen. Also wenn ich auf einen setzen müsste, dann wäre es er. In diesem Sinne, ich gucke mal, ob ich später noch ein Update gebe. Bis dann. So, das Event ist jetzt im Abendprogramm angekommen. Es gibt hier noch einen Pokerabend. Für mich ist jetzt aber Schluss. Und ihr seht im Hintergrund auch das wirklich tolle Hotel, muss man sagen. Die Kollegen haben hier echt eine richtig gute Veranstaltung auf die Beide gestellt. Es war ein richtig intensiver Tag, aber auch ein echt schöner Tag. Da merkt man erstmal, was man vermisst hat. Während Corona als alles immer nur über Webinare ging. Hat echt richtig viel Spaß gemacht. Auch mal an der Stelle noch mal vielen Dank an den CapTrader, dass wir hier ein Part des Ganzen sein durften. War wirklich richtig schön. Und jetzt geht es ab nach Hause. Jetzt ist 20.30 Uhr. Mal gucken. Vier Stunden werden es sein. Aber alles kein Problem. Bis dann. ZD im Noten. WS